Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute gibt es eine weitere Squad Mini Challenge, wir haben Calvert Luyen einmal am Start und außerdem haben wir heute Sonntag, es ist Zeit für einen Mini Release und der ist sehr, 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 sehr interessant, wir sehen den hier noch nicht drin, im Loading Screen einmal Tomiasu, Elmas und Ferran Torres als 92. 50er Stürmer Version, alle drei Karten gucken wir uns gleich natürlich im Detail bei Footbin an, aber vor allen Dingen stellen wir uns auch die Frage, lohnt sich die Calvert Luyen Squad Building Challenge, außerdem gibt es weitere Token, alles dazu gleich mehr, bevor wir rein starten ins Video, lasst gerne Liebe da, 500 Likes hier raus, Jungs und Mädels, ich würde sagen, das schaffen wir auf jeden Fall, lasst Liebe da, zerstört ordentlich den Like Button, gerne für euren Rhythmus auch einen Kommentar da lassen, am besten mit eurer Meinung oder am besten mit eurem letzten großen Big Pack Pull, ja, schreibt es mir rein in die Kommentare, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne unten einmal kostenlos die Glocke aktivieren, Wieso sollt ihr es tun? Ganz einfach, Freunde, ihr bekommt der täglichen FIFA 22 Content ohne Fail jeden Tag, mindestens ein Video, maximal pro Tag gibt es zwei Videos, so wie gestern zum Beispiel auch ein Doppel-Upload am Start gewesen. Also, ich hoffe, ihr beteuert das Ganze, wenn ja, bleibt gerne hier, kommt zu Archie Gaming Army und falls ihr generell auch keine Token mehr verpassen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, Glocke aktivieren und vor allen Dingen auch bei Instagram folgen, da packe ich nochmal alles separat in die Story rein, dass ihr wirklich auch alles nochmal nachlesen könnt, wo gibt es die Token, schaut da in den Highlights bei mir auf jeden Fall nach. Also, ich würde sagen, wir legen los und zwar, bevor wir reingehen zu den Squad-Battles-Challenges und Calvary Luna uns anschauen, wichtige Informationen seit heute Morgen, seit heute Morgen, nachdem Squad-Battles wieder losgegangen ist, jetzt insgesamt, ihr seht es, der Wettkampf für eine Woche verfügbar, gibt es jetzt hier in Squad-Battles in den Rewards einen weiteren Token und das ist Token Nummer 14. Ja, Token Nummer 15 bekommen wir gleich durch eine SPC, zeige ich euch gleich und diesen Ayunga, ich habe es euch bei Instagram heute schon einmal in die Story gepackt, den gibt es bei, ja, mindestens Gold-3-Rang, das heißt, alles darunter heißt Silber-1 und abwärts bekommt ihr keinen Ayunga dazu, aber sobald ihr Gold-3 in der Woche erreicht und denkt dran, die Punkte gehen bis Ende der Woche noch weiter nach oben, ja, die sind jetzt nur jetzt bei 3.300 Punkten, das wird sich noch verändern, aber ihr braucht mindestens, wie gesagt, Rang Gold-3, guckt auf jeden Fall, dass ihr bis Ende der Woche auf jeden Fall dann diesen Rang auch bekommt, damit ihr diesen Future-Stars-Token euch mitnehmt. Wichtig, ihr braucht, je nachdem, was ihr für Rewards einmal haben wollt, nicht unbedingt alle Token, checkt da gerne mal mein Informationsvideo ab zu den Future-Stars-Token, falls ihr dahingehend weiter Bescheid wissen wollt, aber Ayunga auf jeden Fall zum merken, ab Gold-3 in den Rewards, dann anschließend Ende des Wettkampfs, also am Ende des Wettkampfs, wenn ihr dann die sieben Tage um seid, zum, ja, in den Belohnungen zum Abholen, ja, also das zum einen, zum anderen haben wir heute Squad-Building-Challenge am Start, zwei Stück insgesamt, einmal, wie gesagt, die Calvary-Luin-Squad-Building-Challenge, da auf jeden Fall schon mal nice, sie ist zwei Wochen wieder da, also das finde ich auf jeden Fall generell nice, das habe ich schon vor ein paar Tagen und Wochen erwähnt, eine richtig nice Geschichte, dass er halt jetzt endlich wieder, ja, mehrere, mehr Zeit uns lässt, einfach diese Squad-Building-Challenge auch einfach zu grinden und zu holen, ich hoffe, dass das auf jeden Fall so bleibt oder vielleicht sogar der Ablauf dann Richtung Ende von FIFA 22 vielleicht sogar komplett wegfällt, das gab es ja auch schon zum Beispiel damals bei einer Sané-SBC und so weiter und so fort, ja, also, das auf jeden Fall dazu gehen wir gleich rein, aber Future Stars Challenge Nummer 2 ist gestern, heute ist Challenge Nummer 3 rausgekommen und da die Information an euch, falls ihr diesen Token holen wollt, das ist dann insgesamt Token Nummer, ja, ganz, ganz wichtig, Token Nummer 16, nein, Freunde, nicht Nummer 16, jetzt komme ich schon selbst durcheinander, Token Nummer 14 in Squad-Battles, das ist jetzt Token Nummer 15, so, ja, Nkuba ist Token Nummer 15, da jetzt also nicht durcheinander kommen, insgesamt Nummer 15 von, und das ist wichtig, es gibt insgesamt 28 Token zum Einsammeln, also das Token Nummer 15 und den bekommen wir wie folgt, neben dem Token bekommen wir noch ein Jumbo Premium Gold Spieler Pack, Untradable, wir müssen abgeben, 11 seltene Spieler genau, 75er-Grade-Squad, 95 Team-Spieler aus einem Verein, maximal 3 aus der Region mindestens 6 und maximal 4 aus derselben Liga, das heißt, was macht ihr, geht natürlich in eine Nation, ob das Spanien ist, Frankreich, England, Deutschland, keine Ahnung, Portugal ist komplett euch überlassen, Holland oder was auch immer, geht einfach in eine Nation, macht den Squad voll, ein bisschen ekelhaft, vielleicht mit den 11 seltenen, aber denkt dran, 75er-Grade-Squad, da könnt ihr auch seltene Silberspieler nutzen, und auch da die Option natürlich für euch wieder, in Bezug auf Trading, einiges an Coins zu machen. Ja, aber jetzt weg von den Future Stars Challenges und weg von den Token, wollen wir uns jetzt mal um Calvert-Loon erstmal kümmern und dann um den Mini-Release, denn der sieht echt, echt nice aus. Also, er bekommt hier auf jeden Fall erstmal für seine Fund 19 Future Stars Version eines Spieler Moments ASPC und das Interessante ist, wir haben nur ein Segment für ihn, ja, 4 Sterne, 4 Sterne bringt er schon mal mit, mit Hoch-Mittel-Arbeitsraten, damit kann man definitiv arbeiten. Link-mäßig brauche ich, glaube ich, mit euch nicht quatschen, England-Link ist da, Premier League-Link ist da, das ist natürlich nice und dann sehen wir jetzt hier, ordentliches Schuss-Stats, ja, ordentliches Tempo, passen auf jeden Fall sehr, sehr wenig, Dribbling ausgeglichen, ja, 88er-Ruhe, Kopfballpräzision bei 99 und auch die Sprungkraft, ey, das sieht gut aus, 1,87er-Körpergröße und dann solche Stats, ein Power-Kopfball bringt er auch noch mit, jetzt bin ich gespannt, was wir abgeben müssen. Ein 86er-Graded-Squad, Freunde, ich gucke mal, ob schon ein Preis da ist, aber das sieht gut aus, preismäßig gesehen, also ich finde, man könnte den mit 70er-Teamschmie, kann man den auf jeden Fall, wenn man denn möchte, ganz entspannt auf jeden Fall innerhalb von zwei Wochen craften, ja. Es ist jetzt kein Meta-Meta-Meta-Meta-Spieler, kein Wahnsinns-Spieler, der auf jeden Fall ein Must-Have ist in dem Sinne, ja, dafür gibt es natürlich viele, viele Alternativen, gerade in der Offensive, ich weiß gar nicht, ist die Kane-ASBC beispielsweise, ist die noch da? Oamian ist immer noch da für zwei Tage tatsächlich, Kier ist hier hinten am Start, Sterling, Kane, Harry Kane beispielsweise, ist auch noch 14, oh mein Gott, 14 Tage da, ja, und wenn ihr den schon haben solltet, und er hat 5-Sterne Sparenfuß, ja, nur 3-Sterne Spezialbewegung, 1,88 Körpergröße, auch der hat relativ nice Stats, ja, und dahingehend auf jeden Fall die Alternativen, ich glaube, die brauche ich euch nicht sagen, gerade in der Premier League, ich habe ja gesagt, hier, Oamian ist auch noch da, aber auch viele, viele andere auf dem Transfermarkt, die Optionen sind natürlich jetzt da, aber natürlich thematisch die Future-Stars-Promo, passend jetzt ein Calvert-Luin als Moment-Spieler draußen. Ich würde sagen, wir springen auf Hoodbin und gucken uns jetzt mal im Detail den Mini-Release an. Let's go! Ja, Freunde, bevor wir reingehen zu Footbin, nochmal hier die Information, gerade eben noch gesehen, Mini-Release, Doppelpotenzial, es wird noch mehr geisteskrank, als es eh schon vorher war. Future-Stars können ihr Potenzial auf unterschiedliche Weise entfalten, daher sind alle 3 Spieler des Mini-Releases am Sonntag Doppelpotenzial-Spieler mit jeweils 2 Versionen. Version 1 ist von Sonntag heute, den 6. Februar, bis Freitag, den 11. Februar erhältlich. Version 2 ist von Sonntag dann, also nächste Woche Sonntag, der 13. Februar, bis zum Freitag, den 18. Februar erhältlich. Und ihr seht da unten, wie es aussieht, dann Position-Change, Torres wird rechter Flügel, 92er-Rating, Elmas wird ZOM, ist kein ZDM mehr, dann ist eine 87er-Gerate-Karte und dann haben wir 86er Innenverteidiger, Tomiyasu, mit ein bisschen weniger Pace. Also das sind jetzt nicht die gleichen Karten, nicht, dass es falsch versteht. Ab nächste Woche Sonntag sind quasi 3 neue Versionen von Ferran Torres und Elmas und Tomiyasu in Packs verfügbar, ebenfalls als Future Star. Ja, und das ist quasi jetzt nochmal so ein Boni auf den Mini-Release. Also diese 3 Karten bekommen jetzt, so wie es hier auch im Namen heißt, am Sonntag ein Doppelpotenzial-Spieler-Upgrade, sozusagen. Also quasi 2 Versionen verfügbar dann. Wir können uns dann quasi entscheiden, welche wollen wir eher haben, den Innenverteidiger oder den Rechtsverteidiger, den ZDM oder den ZOM oder ein Ferran Torres als Stürmer direkt oder als rechten Flügel. Also richtig geile Geschichte, jetzt aber let's go und rein zum Football. So Freunde, da sind wir direkt schon am Start. Ferran Torres, Calvert-Lurien, Tomiyasu und Elmas. Also die 3 Karten gucken wir uns auf jeden Fall an. Wir gucken uns natürlich auch nochmal Calvert-Lurien an, kurz zu seinem Preis. Wir sind bei 120 bis 130k, jetzt kurz nach 19 Uhr. Gucken wir mal, wo sich das ganze Preis nicht einpeddelt. Aber wie gesagt, dadurch, dass es nur ein Segment ist, das ist auf jeden Fall machbar. In zwei Wochen, wie gesagt. Ja, der ist jetzt nicht für fünf Tage da, für vier Tage, für eine Woche oder so. Nein, wirklich ganz entspannt zwei Wochen. Auch zur Futures Challenge 3 kann man, glaube ich, nichts Negatives sagen. Nimmt den Token mit und nochmal hier zur Information, wie gesagt, ich habe euch eben versprochen, Token Nummer 15. Ja, Token Nummer 15 ist das. Ich werde alles nochmal, wie gesagt, auch in die Instagram-Story packen. Da habt ihr das Ganze im Highlight dann in der Übersicht. Bleiben wir jetzt kurz bei der Squad-Building-Challenge bei Calvert-Lurien und gucken uns das Upgrade an. Ist ja seine erste Special-Karte. Er bekommt, oh, das ist massiv. Von drei Sternen, drei Sternen. Oh, wow. Ich dachte, er hätte vier Sterne und drei Sterne gehabt. Dann wäre nur eins Upgrade gewesen. Aber er hat natürlich drei Sterne und drei Sterne. Das ist natürlich big. Also von drei Sternen, drei Sterne auf vier Sterne, vier Sterne dazu kommt, das ist sehr, sehr nice. Und wenn wir uns jetzt das Upgrade mal anschauen, plus 8 auf Pace, plus 12 auf Schuss, plus 10 auf Passen. Wie gesagt, passen nach wie vor nicht so das Geilste. 88. Oh mein Gott. Das ist schon plus 11 dann auf Dribbling, plus 5 auf Dev. Und da wichtig, plus 10 auf Heading Accuracy. Und dann haben wir noch mal plus 8 auf Physis auf alle vier Segmente drauf. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. Ja, und dann schauen wir jetzt mal nach dem Chemistry-Style. Und ich weiß nicht, wollen wir da wieder mit einem Deadeye gehen? Vielleicht ein Engine. Sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Aber offensiv gesehen müssen wir da, glaube ich, Finisher ist es nicht. Magst man auch nicht. Sniper? Nee, auch nicht. Basic? Ja, ist schon so dieser typische Stürmer. Deadeye gefällt mir tatsächlich hier auch wieder sehr, sehr gut. Und, muss ich euch leider sagen, 95er Stürmer, 92er Mittelstürmer, 90er ZOM. Lasst mich gerne wissen, wer ihr den machen würdet, welchen Chemistry-Style ihr mitnehmen würdet. Fangen wir mal mit dem Mini-Release an. Da bin ich sehr, sehr hyped. Oh, von der Silberkarte. Wow, den kriegen wir in den Silberpacks. Theoretisch können wir den ziehen. Und der hat 5 Sterne, 4 Sterne? Hatte er das schon immer? Wait. Oh mein Gott. Er hat von 3 Sternen, 4 Sternen, auf 5 Sternen, 4 Sternen. Das ist doch, was ist denn bei EA los, Freunde? Können wir gerade mal erklären, was bei EA los ist? Das ist natürlich big. Das ist heftig. Powerhouse-Regel wahrscheinlich wieder 91er. Nice. Also wenn wir das jetzt mal alles hier wegnehmen. Ein 93er G-Theater, 86er Balance. Eine richtig ausgeglichene Geschichte mit 5 Sternen, 4 Sternen. Wow. Wow. Einfach nur wow. Einfach nur wow. Gehen wir weiter zu Tomiyasu. Rechtsverteidiger. Auch erstes Upgrade. Oh, wir müssen uns hier nochmal den Boost anschauen. Also ich glaube, ich meine, es ist natürlich massiv. Aber was ist denn bitte da bei Tomiyasu los? Plus 21 auf Pace, plus 18 auf Schuss, plus 19 auf Passen, plus 13 auf Dribbling, plus 8 auf Dev und nochmal plus 8 auf EA. Äh, 90er Ausdauer, 84er Reaction. Wir haben ordentlich Pace am Start. Kurzen Pass bei 90. Und die nächste Möglichkeit für die Verteidigung, sie zu upgraden. Anchor oder Shadow drauf. Wow. Also das, guckt euch das an. Mit 99 Pace über die rechte Seite. Er hat 5 Sterne Weakfoot. Wait. Er hatte schon immer 5 Sterne Weakfoot? Okay, dann wissen wir, warum er auch unter anderem gewählt worden ist. Er bekommt von 2,5 auf 3,5 seine Karte geupgradet. Big. Ey, mir fehlen die, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Ich hätte never ever damit gerechnet, dass der Mini-Release so geisteskrank aussieht. 1,88 Körpergröße auf der rechten Seite. Ja, den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Dann kommen wir zu Torres. Und, oh mein Gott, er ist bei 1,3 Millionen Max-Preis. Ist jetzt noch extinct. Auch seine erste Karte tatsächlich. Von 4 Sterne, 4 Sterne bekommt leider kein 5 Sterne Skills oder 5 Sterne Weakfoot on top. Was ein bisschen schade ist, wenn wir die Upgrades von vorhin auf jeden Fall sehen. Aber ich glaube, Upgrade-mäßig von den Stats. Oh mein Gott. Was soll ich denn dazu noch sagen? Was soll ich bitte dazu noch sagen? Soll ich dazu noch ein... Pfff. Wisst ihr, an wen mich das erinnert, diese Karte? Wisst ihr, an welche Karte das mich erinnert? Wir gehen mal gerade zu Barcelona. Und das erinnert mich an die Karte. Haben wir schon eine Special-Karte? Wir haben nur den Team auch drüber gefahren. Anzu Fati tatsächlich letztes Jahr. Hier. Die 92er Karte. Mit 98 Pace. Mit 4 Stern, 4 Stern ebenfalls. Die Stürmerkarte. Und jetzt Ferran Torres. Von der rechten Seite. War ja damals auch auf der rechten Seite. Linke Seite. Linke Seite. Und jetzt ein Ferran Torres. Also das erinnert mich definitiv an ein Anzu Fati. Diese Karte jetzt. Boah. Brutal. Also das ist wirklich brutal. Gestern die Upgrades. Beziehungsweise vorgestern. Ja doch. Gestern die Upgrades. Das war ja ein Witz gefühlt. Vorgestern. Mit den ganzen Karten. Aber das hier jetzt. Das hier zu sehen. Plus 20 auf 93er Ausdauer. Guckt euch diese Dribbling-Stats an. Ist das noch erlaubt? 96er ZOM. Also wenn ihr den zieht, verkauft ihn am besten noch nicht. Der ist definitiv Mehrwert. Der ist definitiv Mehrwert. Allein schon Basic. Boah. Also wenn der 5 Sterne, 4 Sterne entweder als Skills 5 oder Weakfoot 5 hätte, dann wäre das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber das, was wir hier schon sehen mit 4 Stern, 4 Stern. Das wird auf jeden Fall alles zerstören. Das ist der Cheatcode schlechthin, den uns CA hier gönnt. Das ist geisteskrank. Das ist die Definition definitiv von Crazy ohne Worte. Also lasst mich gerne eure Meinung wissen, aber Ferran Torres' unfassbaren Boost. Da bin ich wirklich jetzt gerade ein bisschen perplex. Wir haben die Kalvalu in der SPC. Aber ich denke, dieser Mini-Release stellt wirklich alles in den Schatten. Wirklich alles in den Schatten. Wahnsinn. Ich bin richtig geflasht. Lasst mich gerade eure Meinung wissen zum Mini-Release, zur Squadbuilding Challenge. Holt euch die Token. Falls ihr, wie gesagt, keine verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Ich werde es nicht nochmal wiederholen. Und wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder. Haut da rein. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Ciao, Leute.